So, du wolltest mir noch was erzählen. Was wollte ich denn erzählen? Wieso du so lange keine Videos gemacht hast. Soll ich dir das wirklich erzählen? Ja, und die Kinder wollen das bestimmt auch wissen. Ihr wollt das auch wissen? Ja. Aber, aber, das ist mir eigentlich peinlich, das zu erzählen. Nee, erzähl mal. Okay, ich war krank. Wie krank? Hast du erkältet? Nein. Hattest du Husten? Nein, das war was anderes. Äh, was denn? Hast du schon mal von der Krankheit Depression gehört? Nee, was ist das denn? Das ist eine Krankheit, die, ja, wie soll ich sagen? Hast du dir das gebrochen? Nein, ich hab mir nichts gebrochen. Aber das ist eine Krankheit in meinem Kopf. Hast du dir den Kopf gebrochen? Nein, ich hab mir den Kopf nicht gebrochen. Aber, äh, weißt du, was das macht? Nee, erzähl mal. Ja, ich bin ja gerade dabei. Das sorgt dafür, dass du alles auf einmal negativ siehst. Wie? Aber ich hatte auch schon mal alles negativ gesehen. Ich hatte, als ich in Mathe eine Fünf geschrien habe, da war auch alles doof. Und als ich mich mit meinem Freund gestritten habe, da war auch alles doof. Ja, das passiert ja jedem mal, ja? Und jeder hat mal ein paar Tage oder vielleicht auch mal ein, zwei Wochen, wo es doof ist. Aber wenn man eine Depression hat, dann ist es die ganze Zeit wie so, wenn etwas doof ist, ja? Wie die ganze Zeit? Länger als einen Tag? Mhm. Länger als eine Woche? Mhm. Ja, das geht doch gar nicht. So lange ist doch nie und krank. Doch, so lange ist man doch manchmal krank. Und das ist wie eine große dunkle Decke in deinem Kopf, die alles zudeckt, alles dunkel macht. Und das sieht so aus, als wäre alles, alles doof. Ja, als könntest du gar nichts. Und du hast die ganze Zeit so komische Gedanken im Kopf, die sagen, lass es sein, gib auf. Du bist ein Nichtsnutz, du bist ein Versager. Ja, das klingt nicht so schön. Mhm. Also es ist schon mal Freunde gehabt, die dir sowas gesagt haben? Ja, einmal hat einer hier gesagt, du Zottel. Mhm. Und jetzt stell dir vor, sowas ist die ganze Zeit in deinem Kopf und deine Gedanken sagen dir das, ja? Ja, du Trottel. Ja, nicht gut. Nicht gut. Und deshalb konntest du keine Videos machen? Ja. Ich wollte. Ich wollte ja die ganze Zeit Videos machen. Ich habe ganz viele Ideen gehabt, was wir machen können. Ganz viele Ideen? Mhm. Was denn? Soll ich es wirklich schon verraten? Ja, komm. Na gut. Wir beide und vielleicht noch Richie, der Rabe, wir werden ein Lied singen. Wie? Wir werden ein Lied singen? Mhm. Wir werden ein Lied singen. Aber, das ist eine Überraschung, verratet es keinem. Irgendwann kommt ihr dann, äh, welches Lied? Das verraten wir nicht. Das frage ich nicht. Doch, komm, sag. Mhm. 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 Und deswegen konntest du keine Videos machen, weil alles in deinem Kopf so dunkel war. Ja, weil alles in meinem Kopf so dunkel war. Und ich war die ganze Zeit müde und konnte nichts. Ja, ich bin morgens aufgewacht und das war so, als hätte ich schon den ganzen Tag gearbeitet. Wie? Gleich so früh am Morgen? Ganz gleich so früh am Morgen. Ja. Das ging ja gar nicht. Und du warst ein Arzt? Sag, du warst ein Arzt. Ich war beim Arzt. Und der hat dir geholfen? Ja, ein bisschen. Aber ich muss immer noch dagegen ankämpfen. Ach. Was denn? Naja, wenn ich nicht aufpasse, dann lasse ich diese Gedanken wieder laufen und sagen, ach, Versager, lass es alles sein. Gib auf. Oh. Äh. Wie passiert das denn? Naja, manchmal kommen diese Gedanken und wenn ich weiter darüber nachdenke, dann wird das wieder so dunkel in meinem Kopf. Mhm. Und deswegen versuche ich, wenn diese Gedanken kommen, was anderes zu machen. Was denn? Zum Beispiel an Jesus zu denken. Hm. Oder zu Jesus zu beten. Ja, klappt das? Das klappt manchmal. Meistens. Manchmal fange ich schon zu sehr an, über diese Gedanken nachzudenken. Und dann vergesse ich Jesus. Hm. Dann ist das nicht gut. Genau. Dann ist das nicht gut. Aber normalerweise versuche ich, zu Jesus zu beten. Und dann hilft er mir auch. Dann ist es weg. Hm. Nein, dann ist es nicht weg. Aber dann wird es leichter. Wie leichter? Ja, dann sind die Gedanken auf einmal nicht mehr ganz so dunkel. Weil Jesus da ist. Und auf mich aufpasst. Hm. Und wirst du jetzt wieder gesund? Nein, ich bin noch nicht gesund. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Und du dürft gerne für mich beten. Ja, das will ich auf jeden Fall tun. Mhm. Das wäre super. Und mit Jesu Hilfe werden wir noch ganz, ganz viele Videos machen. Das ist super. Das freut mich. Na dann. Das war nur eine kleine Zwischenfolge. Zur Erklärung, weshalb es lange keine Videos gab. Und, äh. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.